Was sind die besten Tipps zur Senkung des Blutzuckers? Hoher Blutzucker, auch bekannt als Hyperglykämie, tritt auf, wenn die Prozesse, die normalerweise den Transfer von Glucose aus dem Blutkreislauf in die Zellen regulieren, nicht richtig funktionieren. Hoher Blutzucker, oft ein Symptom für Diabetes, kann zu Kopfschmerzen, Mündigkeit, Übelkeit, Verwirrung oder sogar Koma führen, wenn er nicht behandelt wird. Glücklicherweise gibt es verschiedene Methoden, um den Blutzucker zu senken. Dazu gehören Medikamente, Bewegung, Ernährung, Umstellung und vorbeugende Tests. Die genaue Einnahme aller vorgeschriebenen Hyperglykämie-Medikamente ist eine der zuverlässigsten Methoden zur Blutzuckersenkung. Eines der am häufigsten verwendeten Hyperglykämie-Medikamente ist Insulin, das normalerweise über eine Injektion eingenommen wird. Insulin-Injektionen können für die Senkung des Blutzuckers entscheidend sein, da sie die Fähigkeit des Körpers, Glucose aus dem Blut in die Zellen zu übertragen, vorübergehend korrigieren oder verbessern können. Eine Person, die während der Einnahme von Medikamenten nach den Anweisungen ihres Arztes weiterhin hyperglykämisch wird, sollte diesen Arzt aufsuchen, um die Dosierung neu bewerten zu lassen. Regelmäßiges Training ist eine weitere in der Regel zuverlässige Methode zur Senkung des Blutzuckers. Eine Person, die zu Hyperglykämie neigt, sollte versuchen, auf einem Niveau zu trainieren, das jeden Tag etwa 30 Minuten lang die Herzfrequenz erhöht. Dies verbessert in der Regel nicht nur die Fähigkeit des Körpers, Insulin zu handhaben, sondern hat auch den zusätzlichen Vorteil, das Herz zu stärken und Kalorien zu verbrennen. Eine Änderung der Diät kann auch ein nützliches Instrument zur Senkung des Blutzuckers sein. Ovariater und diejenigen, die große Mengen Zucker zu sich nehmen, können feststellen, dass sie häufig hyperglykämisch werden. Bei vielen dieser Personen kann es hilfreich sein, ein paar einfache Änderungen an der Ernährung vorzunehmen, beispielsweise durch Ersetzen von Süßigkeiten durch Obst oder durch Kontrolle der Portionsgrößen, um die Häufigkeit von Hyperglykämie zu verringern. Ein Arzt kann Personen mit hyperglykämischen Tendenzen einen gesunden Ernährungsplan empfehlen oder denjenigen, die Schwierigkeiten haben, sich an einen Diätplan zu halten, Vorschläge machen. Das wirksamste Mittel zur Senkung des Blutzuckers sind vorbeugende Tests. Diabetiker und andere mit Hyperglykämien neigende Patienten sollten ihren Blutzucker so oft testen, wie es ihr Arzt verordnet hat. Durch ständige Überwachung des Blutzuckerspiegels ist es möglich, eine Hyperglykämie in einem frühen Stadium der Entwicklung zu fangen. Das hyperglykämische Individuum kann die Inzidenz dann sofort nach den von seinem Arzt empfohlenen Methoden behandeln. Durch das frühzeitige Auffangen und Behandeln eines hohen Blutzuckerspiegels kann der Betroffene häufig die schwerwiegenden Nebenwirkungen einer Hyperglykämie im fortgeschrittenen Stadium vermeiden, die Nerven- oder Sehschäden oder sogar Koma umfassen kann.